Der Tomasee. Spiegelglatt. John, da sind sie wieder. Die Fische mit den Hörnern. Und wieder schauen sie extrem blöd. Die sehe ich am Fall überall. Komm, wir füttern sie an. Sie wollen nicht essen? Das ist bester Bergsalat. Ja, wer nicht will, hätte ich... Ah, schau, schau, schau! Ich hole das! Dann nehme ich es doch. Jetzt, jetzt! Sie wollen nicht. Wir müssen aber einfach Geduld haben. Stimmt. Nicht stressen beim Fressen. An der Rheinquelle gibt es viel zu entdecken. Bei jeder Übernachtung sind Bergbahnen, Hallenbad und die Matterhorn-Gottharpbahn inklusive. Jetzt buchen auf dissentissedrun.ch